Musik 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 Na ja, versuch mal irgendwo Holz herzukriegen Ich komm mal was ich Post um kann Kupfer Wobei, vielleicht sollten wir die Zäune um das Gerät aufstellen Kann ich damit nicht mehr wegmachen Müssen wir ja nicht, aber die müssen dann erstmal durch, achso Hier ist eine Holzkiste, ne? Sehen wir mal alles mit Ich werde ein paar Zeine bauen Ich kann die wegmachen, kann die aber keine nicht mehr holen Okay Ich tu einfach mal herstellen Was kann uns leider tun An, äh, Dings Na, warte mal, ich mach dir mal was Ich mach dir mal einen normalen Zaun, oder? Der hält bisschen länger aus, ja Na gut Und Ins Lagerhaus damit Okay Bin direkt am Lagerhaus Normaler Zaun Sandsack Sandsack kann ich noch machen Und einen normalen Zaun haben wir Ist jetzt nicht die Menge Ist jetzt nicht die Menge, aber Ich hab noch einen Sandsack dazu gemacht Ich frage Ich frage ob ich mir noch Medikamenten Dinger machen kann Das ist für ganz nice Aber sieht nicht danach aus Obwohl, hier kann man die gar nicht machen Also ich brauch noch einen Zaun mindestens Ja Einen Sandsack hab ich gemacht Guck mal Hast du schon gebaut? Ja Das sah danach aus Ich weiß es aber nicht Bei da raus kann ich nichts mehr holen Achso Guck mal Ich brauch schnell Holz Ja Ich hab Gummi Ich brauch kein Gummi Ist egal Eine Seite ist Preis besser als Ich hätte das aber eigentlich ins Lager getan haben Ach hier Ach hier Ich hab'n Jetzt geht's los Eine Medikamenten Gehen auch noch Also Ich weiß wir haben eine Ecke die Wo sie angreifen können Ja Dies war voll Ich kann mich mal um diese Seite Zu gucken Wo die kommen Ah hier ist doch Holz Hier wäre noch Holz gewesen Aber ist egal jetzt Ne ich mach das schnell Mach dir leid Fußholz Wasser Hier Überall diese ganzen Stapel Fuck Kommen aber viele Gepanzert Vielleicht kann ich da durchschießen Äh durchschlagen Ich versuche mich zu beeilen Abfall Und ich habe eine Stirb Sie kommen Ah scheiße da ist ein Bomber Stirb Sie kommen Stirb Bomber Oh Gott, frech aus. Ach, ich trottel, bin nicht ausgewichen. Nein, das ist nicht schlimm. Fuck, 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 ich bin am Boden. Die Treser ist echt schwer. Kannst du mich später bedienen? Das ist ein Gegner, mach doch nix, ne? Ja, aber ich fang gleich für immer tot. Ah ne, erneut einsetzen, was heißt das? Bis ich später da bin oder was, dann ist es okay. Lebe wieder. Danke. Alter, es sieht auch gar geil. Wer braucht schon den komigen Dings von dir? Du hast dafür nichts so, ich nicht. Fuck. Knapp, wir nehmen uns auch vorbei. Ouch, schelte mir. Lass dir in Ruhe. Warte, wir haben noch Molotow-Cocktails. Ich habe mich gerade geheilt. Brenne! Ich habe keine Molotow-Cocktails mehr. Ich aber. Der rennt! Ich habe keine Scheiß-Mini hier hin. Warte, Bomber! Brenne! Brenne! Brennen alle gut. Ich bin am Boden. Ich versuch sie aufzuhalten. Das ist echt spannend. Alter, es sind viel zu viele. Aber besser als das letzte Mal. Lass mich los! Nein! Nein! Vier Sekunden! Naja, wir haben unser Bestes gegeben. Nein! Stich 1! Ja, dieser schwer ist echt scheiße. Aber ich glaube, die Mauer ist gar nicht so schlecht. Außer die Bomber. Wir müssen die Bomber weghalten von dem Ding. Ja, das stimmt. Ich bin mal gespannt, welche Wertung wir jetzt kriegen. Ja, ich auch. Sieht nach C aus. Sieht nach D aus. Oder? Ne, B. Die waren B, oder? Ich weiß es nicht. D oder B im Smaum jetzt? C. T. Wie du hast B? Gelohnungs... Was? Ich habe C. So, ich auch. Öl, Gummiblein, Batterie... Aber die ganzen Sachen sollten wir auch mal mitnehmen ins Spiel, ne? Die können wir eigentlich mitnehmen. Eigentlich schon. Gerade Holz. Haben wir nicht eingepackt. Neue Kiste. Ah, du bist Erster. Wie geht das? Hä? Wie geht das? Steht bei mir nach, wenn du zweimal X drückst. Ne, bei mir nicht. Steht da Kills, wie viele man hat? Ich habe... Ne, da stehen die eigenen Punkte, Stand steht da. Keine Ahnung. Bei mir steht gerade 22 Gewöhn... Achso, ne, das ist da. Achso, ich habe 10 Kills. Ne, 46 Kills. Ein... Ein Zeh... Hä? Zehner Kill? Ja, das heißt, 10 Stück auf einmal. Oh, habe ich einmal geschafft. Habe ich auch einmal. Ein Bomberabend? Ah, ne, das heißt, wie viele du getötet hast. Weil ich habe 50 Kills. Ist ja ein bisschen komisch, wenn ich 50 auf einmal hätte. Ja, ich habe einmal Kill... 46. Dann hast du 46 Kills. Was heißt Kill mal 10? Dass du die erste Hürde geschafft hast wahrscheinlich und es gibt Punkte, nehme ich an. Oder, dass du wirklich 10 auf Stück geschafft hast. Man, ich habe aber auch Kill mal 50. Und ich habe nicht 50 auf einmal... Egal, ich... Zurück zum Sammelpunkt. Genau. Nochmal. Ich habe jetzt einen Spaß gemacht. Aber erst nochmal hier alles ausrüsten und so. Ja, definitiv. Die Frage ist, wie können wir jetzt die Sachen mit einblenden, ne? Erstmal einen Schluck trinken. Dann brauchen wir gerade Ewigkeiten, um die erste Mission kaputt zu bestehen. Und das ist noch die leichte. Ich habe auf Normal gestellt, ne? Ich habe eine neue Ballonfalle erhalten und ein Maschinengewehr geschützt. So, Vorratsgiste. Auf was hast du... Ich habe auf Normal gestellt, glaub ich. Ach so. Dann, keine Ahnung. Muss ich gleich mal gucken. Verwalt der Inventar. Ich habe keine Pille mehr. Auf den Boden, nämlich auf den Boden. Ah, hier. So kann man die ganzen Sachen... Du musst verwalt der Inventar machen. Einfach mal alles. Verwalt der Inventar? Ja. Und dann? Man kann so ins Inventar packen, die ganzen Sachen. Ein Maschinengewehr. Ich habe jetzt, ob ich das auch einfach aufbauen kann. Ja, glaub ich schon, ne? Wäre wahrscheinlich. Ich habe sogar Schießpulver dabei. Beides gut. Nee, da. Ich packe einfach mal alles ins Inventar. Man weiß ja nicht, was man gebrauchen kann davon. Wo kann das genau ein Schrein reinpacken? Äh, wenn du bei Lager ausgehst, verwalte ins Inventar oder Materialien. Verwaltung im Inventar, okay. Holz. Ich nehme ganz viel Holz mit. Obwohl, ich sehe gerade, das ist ein Gewicht. Naja, das geht doch nicht. Ich glaube, das wäre gerade dumm, weil ich habe gerade ein Maximalgewicht von 140. Ah, ich bin überlastet. Haha, ich habe 45 Kilo. Du hast da doch nicht. Aber erstmal die Frage. Die Frage ist, was brauchen wir alles, um einen Zaun zu bauen? Ich gucke mal, was wir brauchen, um einen Zaun zu bauen. Ja. Alter, bin ich langsam. Ich bin auch total überladen. Nee, ist falsch. Ja. Für welche? Um einen Zaun zu bauen, was brauchen wir da? Ausrüstung ändern und dann gehe ich wahrscheinlich auf Materialien? Wo kann ich denn das wieder rauspacken? Ist ja ein bisschen gut zu wissen. Äh, ich glaube, du klickst einfach nochmal drauf, oder? Ich bewege halt jetzt gerade 114,4. Oh, verdammt, Alter. Und damit kann ich mich nicht mehr bewegen. Ist ja ein bisschen, äh, zu viel. Verwaltsehendwinter. Ah, hier herstellen. Für einen brauche ich. Nägel und Holz. Ich habe 57 Nägel dabei und 81 Holz. Also wir können auf jeden Fall viele Wände bauen. Oh, nee, warte, ich mache es gerade nur noch schlimmer. Du musst auch Eisen mitnehmen. Oh, Mann, ich will das wieder wegkriegen. Indem du einfach nochmal mit dem Falltaste nach links drückst. Habe ich versucht, aber dann würde ich trotzdem schwerer. Also ich kann die einfach jetzt rausnehmen. Verwaltung? Also Verwaltinventar. Oh, nur mit Lager. Du gehst auf Materialien, klickst dann mit dem linken Stick, also Falltaste nach links. Ah, okay, ich sehe es. Okay, danke. Erstmal alles hier wieder raus und dann gucke ich, was ich brauche. Also ich habe jetzt... Oh, Öl brauche ich nicht. Auch Eisen. So, jetzt wirklich nicht so viel. Ich habe 51 Kilo, habe ich jetzt. Kiespulver. Ich habe eine Wiederbelebungspille, da könnte ich ein bisschen mehr... Oh, Stilungskind. In der Mütter, das Verbrauchsgegenstände. Okay. Eine Pille, ja, die kann ich auch mitnehmen. Ein Darm-Medikament. Ihr könnt jetzt viel mitnehmen. Ein sauberes Wasser. Ich weiß nicht, wie viel die uns heilt, ne? Nein. Sauerwollfleisch. Hm, wo war'n das jetzt? Also 51 Kilo kann ich auch gut rennen. Das sind ja so die Daten. Ich habe nur einen Monod auf Cocktail. Ich habe gar keine mehr. Das ist natürlich scheiße, wenn die alle weg sind, ne? Haben wir auch keine Munition mehr, ne? Warte, wir können doch hier craften. Gucken, was ich hier so craften kann und was ich dafür brauche. Genau. Mal gucken, was wir mit Munition brauchen. Ich brauche Munition. Lass mal den Hammer reparieren, das ist okay. Ich glaube, die Axt muss da eigentlich auch ziemlich stark sein, ne? Ich weiß nicht, was steht denn da an Schaden? 163. Und war der im Hammer? Keine Ahnung. Der Hammer steht... Äh... Wiespulver. Weiß ich nicht. Ich mache mir gerade Munition. Äh, ich werke mir auf. Welche Munition ist das denn? Hm? Welche Munition ist das denn? Äh, ich habe die... Äh, ich weiß gar nicht genau, welche ich habe gemacht hab' jetzt. Ich habe irgendeine gemacht. Die 12-G-A-Stormund-Stand. Ah, hier steht's... ...Dum-Ul-Stand. Standard-Munition bräuchte ich, wenn dann... ...12-G-A-Standard-Munition. Könnte ich machen, ja? Ich schaue aber nochmal. Ah, der Vorschlag kam, man macht 326 Schaden. Okay. Ausrüsten. Ich will aber keine Fernkampfwaffe haben. Und... 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 Wie kann ich... Wie kann ich anfertigen? Hm? Und so kann ich anfertigen. 56er. Gut, jetzt... Jetzt gucke ich mal, was ich hier so... ...alles herstellen kann. Das ist wichtig. Ja, stellen. Ich brauche was zum Heilen. Das ist sehr wichtig. Oh, Molotov-Cocktails kann ich mehr machen. Machen wir mal sechs Stück wieder. Und die Zäune mache ich erst dann fertig, wenn wir da sind. Ah, ich kann nur... Nein, ich habe keine Lappen mehr. Schlappen. Heile mich mal. Ich habe drei Minen. Okay. Ja, Heilspray ist da. Abends sind wir ein Tader mit. Heilspray ist sehr wichtig. Heilspray? Ja, muss ich auch machen. Ah, ich könnte eine Elektrofalle machen. Für Kreationen, die du berührst, Schocken... Naja, das will ich lieber nicht. Dann lieber so ein Maschinengewehr, ne? Können wir jetzt die Zäune machen. Das wäre aber totaler Quatsch. Warum? Dann hast du es doch schon. Ja, die erste Runde kriegen wir doch relativ gut noch hin. Ja, aber dann hast du es schon. Dann müssen wir das später nicht machen. Aber es wiegt ja halt, ne? Stimmt. Ein Zaun wiegt 0,5 Kilo. Aber da kannst du ja schon ins Lager tun. Obwohl. Stimmt. Kannst du ins Lager tun. Ich weiß es nicht, ob das dann zählt, wenn du es in das Lager stellst. Das muss ja ins andere Lager dann wahrscheinlich. Ich wüsste mir erstmal ein paar aus. Ich habe jetzt sechs Stück direkt bei mir. Ich habe auch jetzt wenigstens ein paar Heildinger gemacht. Taschenwäste wäre besser. Blutstilte, verbannt, Bandage. Ich kann Wickel machen. Was ist ein Wickel? Steht auch immer dabei eigentlich. Der angegebene unnormale Zustand kann im heilen Bildschirme behandelt werden. Das ist das, wenn du Dinge ins Drückst wahrscheinlich. Okay, mehr kann ich nicht machen. Ah doch, ich kann noch Munition machen. Das wollte ich noch machen. Genau. Haben wir eigentlich immer Einzelsachen oder haben wir allgemein Komplett? Okay, in der Mission haben wir Komplett und sonst ist es Einzel. Okay, also habe ich jetzt meine eigenen Sachen gehabt. Power! Alles klar. So. Ich habe meine Waffen nach. Ja, ich möchte halt keine Fernkampfwaffe haben, aber die ist eigentlich ganz gut. Egal, ich werde es schon überleben. Gooss! Hobo! Oh, das ist bei mir voll auf dem Boden geflogen. Oh ja, komm her! Alter! Und dann noch der Hammer! Strike! Da weiß ich denn, als ich leben würde. Komm her! Wir sind so weit weg voneinander. Ah! Was? 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 Ich bin der Titan! Strike one! Das ist wirklich lang als ich. Bam! Okay. Ich gucke mir nochmal die Mission an, weil welches es alles gibt. Okay, warte mal. Wir hätten noch ganz andere Sachen hier, aber die sind auch normal. Die schaffen glaube ich noch weniger. Oh man! Putz! Das ist ein schnelles Spiel einfach. Nee, lassen wir erst mal starten. Gucken wir mal, ob wir es jetzt besser hinkriegen. Ich bin der Zerstörer, der Zerstörer, der Zerstörer. Persönlicher Bildschirm. Ich habe persönlichen Bildschirm. Wirkliche Würmlöcher. Wurmlöcher. Würmlöcher. Würmlöcher. Was sind denn Würmlöcher? Ja, das sind die Freunde von den Wurmlöchern. Würmlöcher. Wir sind Würme. Müssen wir einsachen einsammeln? Hm, ja, können wir machen. Ich habe jetzt nichts mitgenommen deswegen. Also außer das, was ich direkt am Anfang dabei habe. Putz. Und diesmal habe ich sechs Heilungsteile und dann wieder Belegungspille. Eisen. Für die Zäune. Sammeln, sammeln. 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 Mehr Sammeln. Leider kann man im Koop dann nicht die Story machen, aber es gibt ja ganz, 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 ganz viele Missionen, also. Wenn wir das machen würden, dann könnte einer ja die Story machen und dann zusammen halt den ganz. Ja. Ben. Ja, Ben. Musst uns dann zusammensetzen noch, ob wir. Ja. Viel Stahl. Okay. Immer noch Zeit. Und die erste Sache ist ja eigentlich total einfach. Die erste Welle. Ein, zwei Molotow-Cocktails und dann Hammer rein und der Rest passt schon. Ja, dass wir beide jetzt sogar noch einen Hammer haben. Ja. Home run. Da geht der Daumen. Wo bist du? Wo bist du? Du eiskaltst an der Pflanze vorbeiläufst. Die Pflanze habe ich bisher nicht verwendet. Für die Medikamente zu machen. Für Heilzeug. Was ja eigentlich mit der einzigste logische Sinn hier wäre für eine Pflanze. Wobei ich nicht unbekannte Pflanze nehmen würde, um mich zu heilen und so. Wo kommst du denn her? Ich hab... Alter, hängt der da auf dem Boden? Home run. Nee, er schlägt. Ich muss erst mal auf die Fresse hauen. Bane, wo bist du denn? Soll ich dir helfen? Ich will immer gucken, wie es mit den Gegnern ist. Mit der Null. Du musst den... Ja, genau so. Das gefällt mir. Genau so macht man das. Da war schon relativ viel Schaden, aber egal. Ah, du kannst sogar die Bäume kaputt machen für Holz. Home run. Nimm dir das Holz. Holzilein, Glingerlein. Hallo, Freunde. Hallo. Da ist einer. Na, kommst du? Nein! Erstmal schön ausweichen, aber trotzdem getroffen werden. So, mach mal das. Gerade, dass die Zombies nix trocken. Zwei Minuten, das reicht. Ja, aber wir müssen aber gucken, dass wir halt relativ früh auch schon... ... manche Sachen schon hinbauen, ne? Mhm. Alles einfach sammeln. Kann mir nicht schaden. Die Holzkiste lässt du natürlich Müll übrig, das finde ich sehr nett von dir. Ich hole mir Baum. Ich hole mir Baum. Gehen die großen auch? Weiß ich nicht. Wenn da nix dran steht, kein Lebensbalken, noch nicht. Nö. Alles was so klitzert... Ja hier, die ganzen Kisten hier. Kannst du dir noch mitnehmen? Ich kümmer mich um den Zombie. Oh, da kommt der mit seinem Stroke! Von... Was werde ich gesehen? Bam! Ach, du hattest gesehen. Ich heil mich noch, oder? Strike! Du musst mich jetzt schon einmal heilen, ne? Ich glaub, mit der Zeit hält man sich auch. Nee, das war... Holz, Holz. Der Rest Holz ist für dich. Hier. Jetzt ist noch... Oh, da ist mir das Holz. Ist ja egal, wer es macht. Kurban! Gib mir Holz, gib mir Holz. Ach ja, wir müssen schnell hin. Oh ja. Da sind ja noch zwei, drei Gegner. Ich kann da vorne Blatt machen. Super, ich muss mir noch die Munition holen. Ja, das kannst du ja... In der ersten brauchst du das ja nicht dringend. Wie du dich angeschleißt an dem? Ja, wenn er mich nicht sieht. Hallo! Ich mach bumm! Ich mach bumm, wenn ich dich sehe. Ich muss nur die Munition holen. Zur Not. Ich mach das Lager. Jetzt die Frage, wie mach ich das mit einem... Hey, ich kann mir keine Munition holen! Ich bin scheiß. Ich glaub, das musst du... Ich glaub, das musst du... Ja, die Sachen, die jetzt im Lager sind, sind nur die Sachen, die du jetzt craftest. Scheiße, man. Hab ich mal gedacht. Das ist einfach nicht schlimm. Komm, auch so zurecht. Gut. Ich hab nur drei. Ach, gut. Ist mir lieber. Pass auf, die kommen. Ah, der ist ja ganz schön frisch, der Zombie hier. Der läuft ja ein bisschen. Hä, der will laufen. Ja. Er kriegt gleich einen Strike-1 in die Fresse. Jetzt wär jetzt nicht perfekt gelöst, aber egal. Ach, scheiße. Komm schnell. Gut. Das hat nichts gebracht. Mein angekugelten Missgeburt. Wie geht's euch? Jetzt haben wir ein paar Strikes. Halte, wie die dir der rennt. Strike one! Und schnell dann nach X hinten drücken. Genau das. Au! One! Aber eigentlich könnte einer die mal ablenken, so ein bisschen nach hinten locken, und der andere kriegt die dann von hinten an. Ach, scheiße. Da kommen ja noch mehr. Oh Gott. Komm, lass die ablenken. Wir müssen nicht alle töten. Und uns treffen lassen. Ey. Vor allem die Zeit ist ja fast vorbei. Wir müssen einfach nur überleben, so lang. Na? Kommt ihr mit? Nein! Tschüss! Lass! mich los! Und schau! Ah, toll! Der Zaun ist ja automatisch weg! Das war aber ein Standardzong, glaub ich. Der das schon vorher da war, oder war das deiner? War meiner. Die gehen automatisch weg. Na gut. Obwohl, ne? Die anderen hielten doch auch die Runde danach an. Vielleicht wurde er einfach zerstört. Von nem Zombie. Kann er auch sein. Kann sein, ja. Was kann ich denn jetzt craften? Ich möchte mir gern so ein automatisches Geschütz mal bauen. Na warte mal, dann haben wir noch alles hier mit. Eine... Hier kannst du übrigens Munition machen, wenn du willst. Na toll, ich hab ja alles verbraten daneben. Ist ja neu gesammelt, nämlich an. Oder was brauchst du denn? Für Muni. Kann dir helfen, wahrscheinlich. Na okay, ich hab Schießprobe dabei. Okay. Das war's. Ich hab Schießprobe dabei. Das war's.